LKWs gemacht, die 30 bis 40 Prozent weniger Verbrauch haben. Verdammte Scheiße. Und keiner hat sie genommen. Ist zu faul, zu satt, zu reich und zu blöd geworden. Das ist doch mal eine Aussage. Die Asiaten kommen, die neuen Länder kommen. Okay, alles klar, vielen Dank. Es gibt kein Entkommen, weil das Netzwerk der Medien und das Netzwerk der Verkaufsorganisationen so stark ist, dass es nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, dieses Netzwerk für den Einfachen auf der Straße zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Deutschland ist nicht ein Land für Revolutionen. Das hat es früher mal gegeben, als die noch ein bisschen freier waren. Heute schauen sich die Nachrichtenformulierungen in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Wir sind eine Bananenrepublik. Schauen Sie sich den Berliner Flughafen an und den Bahnhof in Stuttgart. Da sind Lumpen am Werk. Die Milliarden stehlen, die der Armwähle, der hier rumsteht, mit seinen Steuern zu bezahlen hat. Und es gibt kein Entkommen. Der große Beschiss ist am Laufen. Wahrheit ist heute in der Zeit der Lüge. Ein sehr trauriges kleines Pflänzchen, das man selbst mit Wasser und mit Dünger nicht mehr zu retten imstande ist. Man muss es vielleicht mit Mut retten. Aber hier ist jetzt jeweils ein Vernehmung. Aber da muss man sich mit Hilfe. Und das ist es das Vernehmung.